Guten Morgen Leute, wir sind gerade aufgestanden. Wir haben kurz vor 8. Die Anna ist gerade duschen und ich mache mich jetzt fertig bzw. ich ziehe mich um, weil ich glaube, fertig machen tue ich mich lieber nach dem Essen. Und dann gehen wir, weiß ich noch nicht, irgendwo in die Stadt nach dem Essen mache ich mich fertig, ziehe mich jetzt noch um und dann, ja, bis nachher. We should take a walk someday, dream about what we could have been, but I don't wanna leave this place, there's no faith in Brooklyn, if I move out one day, it will make me a better man, but I don't wanna leave this place, there's no faith in Brooklyn. Yeah, I said I'm so gone, oh my god, where the menu? Order me all your sushi for them bitches at the venue. Stop, drop, roll, continue, cause they just trying to mingle. And I'm just trying to sing you a song, tell you that I'm leaving, but I won't be long. If it was up to me, I would see you tomorrow. But talk's cheap, so I'm paying up. New kicks be the only way I'm laying up. So maybe I won't make it as an athlete, but that don't mean to let the competition pass me. I'm Moneyball, Billy Bean and some skinny jeans, and the whole damn team just some mini-me's. Cause I ain't seen another kid like this. It's on your mind, baby, you should probably write this. I told her I could dance good for a white kid. So turn around, show me everything I might miss. We should take a rock someday, dream about what we could've been. But I don't wanna leave this place, there's no faith in Brooklyn. If I move out one day, it will make me a better man. But I don't wanna leave this place, there's no faith in Brooklyn. I said repetition, rep a repetition like a muscle man. You just wanna tie me up, snap me like a rubber band. It's 2012, so now they wanna ask me what's the plan. I tell them never trust a man unless he Russell Brands. Pass me all that absent, for now watch me change my accent. I got girls on the back of the mattress, you got girls on the map like that's it. They wanna know, am I Jay Sean or Raekwon? Good Sean or great Sean? Stay long or great Sean? Nah, either way they try to stifle your dreams. I tell them keep your eyes open, you won't like what you see. They be here for a minute, now they're gone in a week. You tryna dine to the peak, I'm tryna Andre the beat. Lord, can you tell me where my faith is? I graduated and I still only made the A-list. It ain't a problem if you tell me how you feel, girl. I know the road rules, but you need the real world. We should take a walk someday. Dream about where we could've been. But I don't wanna leave this place. There's no faith in Brooklyn. If I move out one day, it will make me a better man. But I don't wanna leave this place. There's no faith in Brooklyn. I say, ooh, girl, turn around. Tell me where we're going now. Ooh, girl, take it back. I don't wanna end like that. Cause I'm all over the world. I'm all over the world. And we'll come back to Brooklyn. And we'll come back to Brooklyn. And we'll come back to Brooklyn. Wish it to your auction, babe. Dream about where we could've been. But I don't wanna leave this place. There's no faith in Brooklyn. Leute, wir sind jetzt am Brandenburger Tor. Das sieht man da hinter mir. Und jetzt gehen wir zu Madame Tussauds. Und wir waren gerade essen. Und ja, bis gleich. Ich hab Stefan Raab gefunden. Oh. Das sieht mega cool aus. Krass. Bin dann auch mal bei Wer wird Millionär. Das kann man sogar machen. Ich setze mich jetzt hier hin und mach das mal. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ja mit Riechelorücken und Kreislauf. Ich habe jetzt auch noch ein Blatt. Ich hab ja ganz früh... Yeah, ich hab 1000 Euro gewonnen. Wie hast du gewonnen? 1000. Hab ich auch mal? Hab ich nochmal. Trendig, aber nicht jeder. Man hat Geschmack sind die duchten Crocs, die man in den Füßen trägt. Ich hab ja auch noch mal. Ich hab keine Ahnung. Wie soll ich sowas wissen? Bin einfach schlecht. So Leute, wir sind jetzt im Hotelzimmer. Wie viel Uhr haben wir? Viertel nach neun. Da hinten ist eine Uhr. Die geht aber fein. Trotzdem, ich kann ja wohl eine Stunde drauf rechnen. Auf jeden Fall sind wir schon früher zurück im Hotel. Ich seh mich hinten in der Scheibe. Hier sind wir. Auf jeden Fall geh ich jetzt noch duschen. Und dann schneide ich vielleicht noch das Video. Aber nur vielleicht. Und dann gehen wir schlafen. Also, bis morgen. Ja, das ist ja mal. Das ist ja mal. Vielen Dank.